Am Sonntagabend, 17. März, haben wir es über das Thema «Gibt es wirklich eine Hölle?». Ich freue mich mega auf das. Mein Name ist Mario Mosimann und ihr Lieben in Vellande, egal wie du die Welt siehst, ob alles roh siehst oder irgendjemand, die ein Blau vom Himmel verspricht, ich freue mich einmal auf das zu hören, was Gott uns verspricht in der Bibel. Das gibt uns richtig Schub für den Alltag und ich freue mich sehr auf das. Nimm noch Leute mit, es wird mega cool. Bis dann, tschüss!